Musik Er hat auch ein, wie soll ich sagen, ein Virtuose auf seinem Instrument, auch ein Streichinstrument, aber er umarmt sein Instrument nicht so wie deines. Ja, genau, also er hat ein viel kleines Instrument, er muss das nicht so viel tragen, nur seit 15 Jahren muss er natürlich meins tragen, also er hat es ein Geiger. Musik 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 ывать Musik 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 Mena für nächstes Jahr. Und dann, eines Nachmittags, hat mein Papa gesagt, komm, jetzt probieren wir das Cello für dich, ob das klappt oder stimmt. Ich war damals 13 und es hat irgendwie geklappt und dann hatte ich keine Ausbildung mehr. Ich musste Cello spielen, weil sonst gäbe es keine Cellisten in diesem Kammerorchester. Und das war schon natürlich motivierend. Also so quasi musste ich anfangen, den Cello zu spielen. Aber da konnte ich planieren lassen. Also von dem her, ich habe gedacht, das ist besser. Und das schüttelt man so locker aus der Hand oder geht der ganze Hand? Sonderflug. 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 Da fängt es schon an mit der Schwierigkeit an. So einfach scheint es also doch nicht zu sein. Ja. 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 Du kamst dann durch einen Zufall beinahe zum Cello. Was ist dein Lieblingsinstrument? Also, ich muss ehrlich sagen, als ich klein war, hat mein Papa auf Klavier, also nicht auf Cello, auf Klavier, ein Bartok-Stück immer gespielt zu Hause, so als er schon ein bisschen so ein Macho ist. Und eigentlich habe ich Klavier angefangen zu spielen wegen ihm, weil ich habe... Was ist das? Das ist so ein Stück, das mich bis heute, die Tränen und alles fühlen. Spannende Musik Spannende Musik Spannende Musik Amen. 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 Amen.